Das Warten hat bald ein Ende. Heute 15 Uhr wird der erste Springer von der Schanze sausen. Das erste Linder-Skispring und unten im Auslauf gibt's richtig Alarm. Ich bin mir sicher, Sie können dabei sein und vielleicht auch selbst dann, wenn Sie möchten von der Schanze springen. Das Ganze kostenlos, nicht wahr Dagmar? Genau, das kostet Sie nämlich gar keinen einzigen Cent und ist absolut ungefährlich. Hartmut Hettig, Sie sind Betreiber der Schanze und werden die Springer einweisen. Das machen Sie auch schon lange. Passen Sie denn auch auf, dass niemand von der Schanze springt, der das eventuell nicht hinbekommt? Wir haben natürlich 20 Jahre Erfahrung im Wintersport, in der Ausbildung als Alpin zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel Verona Feldbusch unterrichtet in der Skihalle. Wir haben da also jahrelange Erfahrung, was alpines Skifahren und auch Skispring angeht. Da kann man gedroht sicher sein, dass wir da ein starkes Auge drauf werfen. Ich bin mir sicher, Verona hat das gut gemacht, oder? Ich will jetzt hier nicht so rumweinen oder so, aber... Nein, das war nicht beim Skispringen. Nicht ganz. Wenn Verona Feldbusch das geschafft hat, dann werden Sie das auch können, Daggi. Und dann, heute Abend, nachdem alle sich richtig heiß beim Springen gemacht haben, dann wird's noch heißer. Dann gibt's eine Apri-Ski-Party. Und nicht nur eine. Heute und morgen ab 18 Uhr heißt es Partyalarm im Festzelt auf Kanzlersweide. Das DJ-Team vom Alpenmachs wird ihn so richtig zünftig einheizen. Karten bekommen Sie schon ab 17 Uhr an der Abendkasse. Rund um die Schanze wird es auch eine Menge Schnee geben, der aus der Skihalle in Bottrop kommt. Hartmut Hettig, wie kommt denn dann der Schnee auf die Schanze? Der Schnee wird im Auslauf mit einem Radlader hinplaniert und festgemacht. Und die Schanze wird von Hand belegt mit Schaufeln, mit einer Schneehexe und mit Kübeln, wo man den Schnee ausgibt und dann festdreht mit den Schuhen und Schienen. Dankeschön, Hartmut Hettig. Dankeschön, Dagmar Selle, für die Infos. Wer Lust hat, schaut einfach jetzt mal auf Kanzlersweide vorbei. Die Sattelschlepper mit dem Schnee sind da. Die Schanze ist schon so gut wie fertig aufgebaut. Und dann kann's bald losgehen. Heute Abend, 18 Uhr Party. Dagmar, kommst du auch? Mal gucken. Mal gucken? Ja, ich muss ja morgen früh wieder früh auf die Schanze. Ein Bierchen, Dagmar, ein Bierchen. Wenn du es bezahlst. Das erste Mindener Skispringen. Ich heiße Katja und komme aus Petershagen. Ich freue mich schon total auf das erste Mindener Skispringen, aber vor allen Dingen auf die Après-Ski-Party, die wird klasse. Das erste Mindener Skispringen. Das Highlight des Winters auf Kanzlersweide in Linden.